Dr. Jones, Sie sind ein Mann mit vielen Talenten. Chuck, bring sie hoch! Die Lade. Dann, finde ich, sollte niemand ihre Ruhe stören und sie berühren. Eine Armee, welche die Lade vor sich her trägt, ist unbesiegbar. Indiana Jones! Lass sie los! Schlangen. Warum ausgerechnet müssen es Schlangen sein? Wie? Juck dich! Ich will hinter dem Lastwagen her. Wie? Keine Ahnung, das werde ich mir unterwegs überlegen. Vertrau mir.